... Departure Merchants sell items to equip Flutes Hey, hier sind aber auch böse Wichte Die gibt es doch trotzdem hier Boah Toil Ich denke, das ist BVE Wir waren aber anscheinend gerade draußen Aber ich denke mal, das war... Ne, war nicht Zufall Ne, da sind andere Spiele auch Ja, der klopft sich gerade noch mit einem anderen Kloggen Ich hab mal einen mitgekriegt Ah Different Oasis In Offmade Lobby Bleib da mal, ich komm da wieder hin glaube ich Ja Was soll ich jetzt auch machen? Vielleicht Travich am Walker Hast du ihn jetzt in Walker? Ja, weiß ich nicht, kann ich dem momentan noch nicht sagen Firefly Walker Da ist einer So Ja Ja, der hat mir am letzten Klatsch gegeben So So, ich bin in Offmap Lobby gegangen, also einen hoch Einen hoch Da 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 bin ich nach links gegangen Nach unten Und hab den mit A aktiviert Und dann X to hold travel X gedrückt halten Genau Aaaah Aaa ääääAA Wenn ich buzz kank Erst z Ja, das hab ich mal irgendwo von einem gehört, der gesagt hat Ähm Man soll die Handelsposten meiden Mh-mm Aber da ist... Aber das wird gelootet sein. So, jetzt ist die Frage erstmal, wo bist du und wo bin ich? Ich bin wieder außerhalb. So, an der Seite. Theoretisch sieht das so aus, als wären wir am gleichen Punkt, oder nicht? Aber ich sehe dich nirgendwo. Ich fahre jetzt mal ein Stück da hoch. Mal gucken noch mal. Wir haben einen Zap. Wir haben einen Zap. Zap! Bam Bam! Einen wunderschönen guten Abend für den fünften Monat. Wie geil bist du denn? Dankeschön. Das nennt man Support. Die sind Gott sei an mir vorbeigefallen. Alles gut bei dir? Jetzt kannst du wieder alles neu sammeln, ey. Ja, das interessiert mich ja weniger. Momentan. Momentan interessiert mich ja erstmal dich zu finden. Ja, wo du bist, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ist die gleiche Map. Ja, da sind wir uns schon mal einig. Und eigentlich fährst du am gleichen Punkt rein, ne? So wie es aussieht. Ja. Aber sehen tue ich dich nicht wirklich. Oder? Nö. Ich fahr mal weiter. Bis auf Privates alles gut. Ja, das kennen wir. Da können wir auch ein Lied von singen. Willkommen im Club. Da können wir uns zusammensitzen. Spawn left. Geht's doch hinter runter, oder was? So. Ja, ich hab ja gar nichts mehr. Stimmt ja. Ja, keine Ahnung. Und davon fehle, dass ich dich nicht sehe. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ja, ich hab's aber mutwillig gemacht. Also ich muss dich enttäuschen, das war mutwillig. Hm. Ach ja, ich hab ja auch nichts mehr zu bauen. Nein, du hast gar nichts mehr. Du musst alles neu bauen. Und dann muss man gucken, was in deinem... In den Fässern ist. In dem Lager von dem... Walker. Ja. Tja, wo ist meine Frau? Steine habe ich. Boah. Wo ist meine Frau? Warte mal. Erstmal Holz sammeln. Warte mal. Ach, guck mal. Da bist du. Da scheine ich zu sein. Hm. Da. Ja. Ja. Wood shaft. Nein, das wollte ich nicht. Brauche ich da auch sowas, ne? Ja. Das ist ein wenig kompliziert, echt. So. Ja, es ist für uns schon eine echte Hausnummer. Jetzt habe ich erst mal ein Hau drauf. Dann kann ich mir erst mal... Ach Quatsch. Ey. Nehmen. Mein Kaktus. Hier kann ich mir gerade mal eben... ein wenig... Stein und Holz fehlt mir. Ja. 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 Ich glaube immer noch, er hat eine Axt in der Hand. Steine. 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 Ja, die sind ein bisschen mager hier, ne? Ja. Aber Sand hast du hier. Sand hast du hier, aber wie Sand am Meer. Warte mal, wenn du gesagt hast, unten von der Karte stößt du rein? Ich stoße von unten rein. Dann muss ich in die Richtung. Dann nehme ich die Steine noch mit. Da hinten sind noch Steine. Da hinten sind noch Steine. Gibt es denn da auch was? na komm war das alles ansteigen kaktin und holz mann steine habe ich genug als pilme holz aber holz hat ich doch hatte ich das nicht noch hier irgendwie holz genau quatsch so so ach so ein wood shaft scheiße wo ich den denn jetzt her von einer pappnase muss ich die pappnase töten nase ach mann leckst mich an die füße naja habe ich wenigstens mal knüppelchen knüppelchen ja die chefs fehlen mir ja ich hatte gott sei dank noch einen im walker weißt du das war mein glück team walker ja ich nicht wiii ja gut dann mache ich mich mal auf dem direkten wege nach frauchen nach frauchen ich bin ja jetzt schwer bewaffnet ich habe einen knüppel in der hand und nein das ist nicht falsch zu verstehen das war ja gut ok wir gucken wenn ich da weiter runter fahr so in die richtung müssten uns gleich irgendwann mal in zehn jahren mal in den weg laufen mal in den weg laufen es wird sich alles zuerst hier klapperschlangen geben wenn du so lange fährst das ist schon ein bisschen gruselig das spiel ist gruselig ich meine wenn man so langsam reinkommt ist das vielleicht so eine thematik ja madame so und die 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 steine immer mit so schön ich weiß dass ich mich jetzt schon wieder zu weit von dem walker beweg bewegen wenn die hier alle so doof und böse sind mami die sind alle so böse zu mir so und 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 Ja, sind wir hier was? Da war doch was. Kein Schäft. Kannst du dich selber herstellen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste nicht wo und wie. Hey, da hinten wollte ich dran. Guck die. Oh. Der Richtung. Ungefähr. Diese Richtung. 1000 Jahre. Wie war das denn, um aktivieren? Was aktivieren? Der kocht ja. Der kocht ja schon. Du bist ja schon 80. Ja. Bestellt. Bei deinem Kochbott. Blut. Blut. Ne, Blut. Blut. Tracks. Wis. Weapon. Oh. 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 Oh, da kann ich mich wohl dran todhauen. Mhm. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich glaub auch, ja. Ich glaub auch, ja. Mann, ich will ein Schäft haben. Ein Schaft. Ja, ist noch so ein Ding. So. Ein Säckchen schon mal. Und noch mal Kaktus. Kaktus! Ja. Guck mal, wie schön da unten ist. Green! Wir müssen hier oben rumeiern. Da ist die Handelsohäuser. Da sind bestimmt wieder die beiden Honks noch. Zumindest der eine Honk. Fahren tot. Das geht ja nicht. Erfahrungsgemäß kannst du nicht totfahren. Das ist ja. Jetzt, weil ich gut abgegrast kriege. Gerade sind hier so ein bisschen Kackteen. Das brauche ich ja auch. Mal aufpassen, dass ich es da runterpumpse. Du müsstest ja dann auf der anderen Seite sein. Eigentlich müsste ich es doch jetzt sehen. Eigentlich müsste ich es doch jetzt sehen. Hey. Ah. Ich bin begeistert. Was denn? Ja, es ist wieder in O. Fräggl kommt. Hah? Fräggl kommt mit zweiten Fräggl. Ich komme ja vor wien. Ich komme ja vor Wien, da ist sie. Sie. ja das ist wenn die zu zweit sind ich komme echt vor wie in der sie das ist schon auch da ist er wieder guck mal da habe ich mal gespannt was ich noch finde da läuft noch was da läuft noch was